Um die Spannung des Plissés zu verstellen, nehmen Sie die Schiene, entfernen Sie die Abdeckkappe und nehmen den Spannschuh heraus. Nun können Sie mit einem Inbus den Schrauben lockern und die Spannung verändern. Dies machen Sie auf beiden Seiten. Geben Sie den Spannschuh danach wieder in die Schiene und verschließen Sie diese mit der Abdeckkappe.